So, moin moin und willkommen zurück, selbe Stelle, neue Welle, Trivolos Let's Play, ja. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Together mit, ähm, ja fangen wir mal da links an. Hier steht Blood Circle, ja, ähm, hm, heißt aber eigentlich Trivolo. Hier haben wir Amiga Link. Hallo. Hallo. Und, war Potzeman. Hallo. Und auf der anderen Seite stehe ich. Der Balgerman LP. Balgerman LP, genau. Wer denn auch sonst? Wir haben uns hier, genau, wir haben uns hier zusammengefunden in einer kleinen, illustren Runde und wollen ein Röntgen Minecraft spielen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr wie ein Röntgen. Ähm, Hintergrund der ganzen Geschichte ist, wir haben uns unter anderem ein paar Projekte angeschaut, die mega sein sollen, aber ich persönlich fand die, ähm, nein, das Wort darf man glaube ich auf YouTube nicht unbedingt sagen. Ähm, lassen wir das. Ähm, wir haben davor, ähm, vielleicht nicht was ähnliches auf die Szene. Und das Kupfer, nein, das ist doch das Kupfer, das wollte ich gleich schon mal eigentlich ein bisschen verknallen. Und zwar wollte... Das geht hier gar nicht. Das haben sie rausgenommen. Ah, verdammt. Ich dachte, das hätten sie drin behalten. Ähm, wir werden hier so elendig verrecken. So, als erstes bauen wir mal aus diesem Peridot eine Spitzhacke. Warum? Und wir bauen uns daraus erstmal eine Schere. Wir bauen uns daraus keine Schere. Warum nicht? Was? Boah, Iron Plate. Ach so, schön, den Hammer hatte ich dabei. Richtig? Falsch. Ja, tolle Wurst. Jetzt kann ich. Bei der Masse, die ich verbraucht habe. Ja, das kann ich jetzt nicht. Uiuiuiuiuiui. Battery. Ist doch drin. Hey, E-Batterie. Hä? Hey, E-Batterie. Also irgendwas... Irgendwas ist mit der Battery nicht richtig. Ich weiß nur nicht, was... Ähm, warte mal. Drücken wir das hier einfach mal weg, das Rezept. Und dann... Con... So, er hat jetzt ja eine im System. Aber... Aber... Nix aber. Nee, läuft. Gut. Advanced Translocator. Zack. Oh, was fehlt ihm denn? Jetzt fehlt ihm noch eine Batterie, ey. Scheiße. Mist. So, moin, moin und herzlich willkommen. Selbe Stelle, neue Welle, Trivolos, let's play. RIT und sehr viele Mods. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. So, dann nochmal die richtige. So, moin, moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Trivolos, let's play. Hey, S&P, RIT, ganz viele Mods hier am Starte. Deutschland. Und ich hab meine Frau mal einfach mitgebracht. Die gute Trivolotta. Ja, hallo. Können wir auch mal zwischendurch gucken, was jetzt dieser Zentrifuge da im Keller gemacht hat. Oder überhaupt macht. Oha. Jede Menge Uhra. Nein, scheiße, schnell. Ah, puh, Alter, daran hab ich ja gar nicht gedacht. Ich bin gleich sowas von hinne. Wenn ich jetzt nicht schnell... Okay, mehr geht nicht. Ah, scheiße. Also am besten ist ja, wenn man das Uran echt gar nicht anpackt, wa? Schnell rein damit. Und was hat er da noch hergestellt? Ach, Tiny Pile auf Oranium. Oh, schön. Und, geht's gleich weiter? Ja, natürlich. Auch das Tiny Pile. Aua, aua, aua. Oh, Alter. Ich platz. Na? Trau dich tot. Komm mal dichter. Ja, jetzt bin ich am verhungern. Jetzt sterbe ich gleich. Bald. Demnächst. Da bin ich absolut zuversichtlich. So, noch mal ne Erdbeere. Noch ne Erdbeere. Tja. Soviel zu dem Thema. Zum Glück waren da keine Items drin. Drinnen, dran, drauf, drüber. Wie auch immer. Autsch. Stirb doch mal. Stirb Kartoffel. Heute nicht. Boah, VTF. Und dennoch so ein kleiner. Ich bin... Ja. Ähm. Latest Death. Und jetzt ist junger Leiste. Ja, am Ende. Und jetzt kriege ich wieder mächtig Schaden, dass ich tot bin. Ist das nicht toll? Äh. Ähm. Ja. Und tot. Ne, mit. Lauter schöne Sachen. Was doch nicht so nagelfest ist. Oh, hier ist noch ne Kiste hinter Eisen. Ja, ja, hatte ich auch. Ich hab Eisen weggehauen und dahinter war ne Kiste. Ja, so ne schicke Doppelkiste. Mal gucken, was so drin ist. Hier. Ich finde es auch witzig, diese dynamischen Blöcke, die wenn du dich näherst, plötzlich verschwinden. Ja, irgendwie voll merkwürdig, ne? Oh je. Ne, 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 ne. Ich hab aus Versehen ausgelöst. Was hast du denn ausgelöst? Das hab ich sehr interessant gemacht. Ja, da war eine Falle. Ja, seh ich auch gerade. Seh ich auch gerade. Oha, oha. Alter. Das war die Kiste. Das ist nicht... Ja, ja, meine Kiste hat's auch zerbröselt. Das ist also... Oh, das sieht aus wie ein Skorpion oder irgendwas. Na ja, ich hab hier so... Nein. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ja, du wolltest das ja nicht anders. Ne, ich wollte mich von einer anderen Anzahl so... Nein, da kommst du ja nicht ran. Äh, das ist so lange ab. Dauert mit dem Pass. Oh, scheiße. Hau ab, hau ab. Die weg. Oh, das ist Brunner-Vorsicht, Amiga, Amiga. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh, wo seid ihr? Ja, lädst den mal einmal ein zu so einem Netzplay. Ja, überraschend mitgebracht. Ich hab vier Leuchtkäfer. Hier, wir haben dir was mitgebracht. Ja, 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 ja. Geschenktes Hause ist völlig un... Oh, ab da. Völlig unverbindlich. VTF. So, Flop. Alter, hab ich mich erschrocken. Warum mach ich sowas eigentlich immer? Die ganze Zeit geh ich hier voll auf Sicherheit. Und jetzt werd ich nachlässig. Urplötzlich wird er nachlässig. Und, ja, sollte eigentlich nicht lange dauern. Damit haben wir uns explodiert. Also, wie wir immer sagen, die Dinger, die machen nicht wenig Schaden. Also, wenn sie hochgehen, ne? Ja, okay, gut. Okay, Industrial Zentrifuge, die dritte. Deine Schabel ist ganz geblieben. Das Kabel bleibt nämlich ganz. Ja. Ja. Tut ihr keinen Zweck an. Also, Industrial Zentrifuge, die vierte. Vierte. Alter, ich bin richtig zurückgeschleudert. Und ein Redstone-Signal dran gelegt. Ich würde mal ein paar Schritte zurückgehen. Und wenn wir hier das Redstone-Signal wegnehmen, fließen die Wassercamps in den Boiler. Ja. Nimm doch mal das Ding weg. Drei, zwei, eins. Das war jetzt ein bisschen wie Mistbuster, ne? Ja, ja. Okay, die Cans gehen noch nicht rein. Okay, halt, halt. Zuerst du würdest... Ja, die Cans gehen noch nicht rein, sagt er noch. Ja, ich hab sie gerade reingeliegt. Ähm. Schalter. Hat er. Macht er. An. Oh. 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 Ah. Oh. Ja genau. Sie sehen hier wahnsinnige Experimente von wahnsinnigen Wissenschaftlern und wir testen Mythen aus der Minecraft-Welt. Industrial TNT war das, glaube ich. Und dann hast du noch so ein Plutonium? Welches willst du einfach nur? Warte, ich glaub das hier war das. Plutonium. Nuke Testing in 3, 2, 1 Und sie blinkt und blinkt und blinkt und und Lässt sich Zeit Ja Die wird ewig Baut einen Spannungsbogen auf Ja, irgendwie schon Die hat den Server gecrashed Nein Oha Oha So, der macht nachher Oder der extrahiert nachher das Helium Plasma Das bedeutet, wir brauchen ja noch ein Gerät Auf das ich noch gar nicht eingegangen bin Cool Was ein Scheiß Wir brauchen nämlich noch einen Plasma Generator am Ende Plasma Den habe ich nämlich voll vergessen Ahaha Äh Punksten Steel Plate Guten Morgen Kamerad Ja Wenn ihr bei Beckerman und auch vielleicht bei Amiga ein bisschen zuschaut Ihr werdet jetzt ganz, ganz, ganz oft Jedes Mal, wenn ich ein Rezept nämlich aufrufe Werdet ihr dieses Geräusch hören Ähm Ja, dieses Geräusch Äh, dieses Geräusch Es tut mir verdammt leid Ich kann dieses Geräusch Äh, achso Oh Ich bin ja noch, weil ich vorhin gestorben bin Cover Cable So und so Und in der Mitte irgendwas Ja, gibt's mir Nein Oh Ja Also Eine Eisenplatte und Reds Der funktioniert hat Und jetzt auf einmal nicht funktioniert Oder nicht mehr funktioniert Oh, ist das 10k Coolen Cells Da hängt er gerade Weil ich doof bin Jetzt müssen wir mal überlegen Oh, ich will nicht schon wieder klicken Bei uns in dem Forum da Da hat er mal nicht reingeschrieben Dass ein paar Rezepte zur Zeit ein bisschen buggy sind Äh, hat er aber wohl Greg schon geschrieben Das ist vollkommen falsch, was ich hier mache Das macht aber gar nichts Viermal Schüssel 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 Wissel Wisselkapüssel Der will nicht Ich glaube, ich hab ein Herzkessel So Moin Moin und willkommen zurück Neue Ja Neue Welle Stelle Selbe Und Hast du nicht gesehen Technik So Also Ne Die können wir hier schon mal hinbauen Pump 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 Wie schlecht Passiert natürlich nichts Wollte ich sagen Das ist mir ein bisschen zu kostenintensiv Das Modul funktioniert Eine Pumpe Also ich muss dann erstmal eine Pumpe bauen Und dann muss ich eine Aluminiumplatte bauen Und dann habe ich das Pumpmodul Oder halt eine Stahlplatte und eine Pumpe Da packe ich mir mal gepflegt an Helm Und sag Nö Neh mir Bild Alter Aber das Deuterium hat er jetzt auch irgendwie nicht weiterverarbeitet Hä Was ist denn da los Was ist denn mit Carsten los Kennt ihr Carsten Das Ding hier Smally Grassblock Okay Kripp da mal drauf Ne mach du doch Das muss nicht sein Mach doch mal Das wollen unsere Zuschauer sehen Was passiert Nö Ich wollte gerade sagen Aber dumm wie der Trivolo ist Tritt da sowieso gleich rein Weil er nämlich noch mehr Asche braucht Ich habe die Nasen voll Wie gesagt No Kannst da hinten war noch einer Da kannst du mit dem kuscheln Da siehst du Da kannst du hingehen Also mit voller Leiste Wurde Da habe ich eigentlich gar keine Angst vor den Kameraden Exkodiert doch In die Blickrichtung 993 Minus 993 Auf der ganzen Linie Ne Hat nichts funktioniert Nachdem ich denn aus dem Singleplayer rausgegangen bin Ich musste jedes Mal genau eine Pipe abbauen Sonst sind da die ganzen Items rausgeflogen Wo ich echt nur gedacht habe So Äh Minecraft Ja Minecraft Ne Hier Spongebob Eine Menge Fantasie Magie Wie auch immer Hattest du die Turtle jetzt eigentlich da nochmal umgeturtelt oder nicht Ne die war ja noch am Arbeiten Ich muss ja warten bis die fertig ist Achso Solange sie am Arbeiten ist Lieber nicht anfassen oder wie Ja hier nicht im Weg stehen Sagen wir es mal so Aber solange sie arbeitet Kann ich das Programm nicht ändern Okay Dafür müsste ich das stoppen Jetzt steht hier Bakerman LP Dev wurde nicht installiert Finde es in deinem Instanzen Tab Ist ein Übersetzungsfehler Wahrscheinlich hat derjenige Google Translator benutzt Oder weiß ich nicht was Okay Ich bin mal wieder auf eine Diamantenada gestoßen Die ich allerdings noch nicht abgebaut habe So geht das jetzt? Nein Warum nicht? Wieso? Baby, we're wrong Hä? Die gehen gar nicht Sag mal Ja Das ist Trivolo Schön Also wenn ich das cutte Dann ahne ich schon Was da wieder für Kommentare kommen So Nein, du Idiot Das ist gar nicht angeklemmt, Mann Ja, das sehe ich doch selber Was ist denn los, ey? Was ist mit Carsten los? Ne, da haben wir es wieder Würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Bleib mir gewogen Bleib mir treu Haut rein Und tschüss